für die die leider bist du sie freuen dann mit denen hast du es geht es zu spielen natürlich bleibt es fast dass der Texte wieder vor mir stehen Jetzt fährt er los Zeit dich Digga So, ein Weg, da hab ich schon mal gedreht Ja, jetzt werd ich wieder von irgendeinem Bambus-Kentkel-Schutz, Mann Und verpasst den Scheiß-Punkt Oh, fickt euch Nö, fickt euch, ohne Witz Egal, was man reinspielt, man spielt Es gibt immer welche, die hier abfacken wollen So, diesmal fack ich die Leute ab Bam Den ersten hab ich abblockiert Da kommt der zweite Der eine fährt abkürzt durch die Halle Ja, seh ich So, wieder ein paar blockiert Läuft Ah, danke, bin der erste Ich blockiere die jetzt alle hier Ich bleib jetzt hier Ich muss bloß sagen, wenn du meinen Pfeil siehst Wenn du in der Nähe der Halle bist, dass ich dich nicht blockiere So, hab wieder einen abgedrängt, aber Ha, hat so einen Fall gebaut So, hab sie nochmal ein bisschen abgebremst Nö, ich war dritter Schade Und warum? Ich baue irgendwie ein Crash Wird gespawnt und fahr die Komplettverlustrichtung, was ausfällt Super Sponsor, das ist etwas, was mich hier in dem Spiel noch aufregt Ja Es ist noch nicht Weihnachten Es ist voll so Das ist aber der erste Atlet Bam, fuck, Königsecker Was? Ich knall von die Seite ran Juck dir nicht Nö, warum? Der eine hat einen Unfall gebaut Hat mich fast mitgerissen Ja Oh Oh Alter Man verpiss dich, das hast du jetzt davon, wenn du mich wegdrängen willst Ist er gequashed? Ja Gott sei Dank Rüfern reicht's doch mal, ganz ehrlich Ich bin Die letzte 100 Meter Quellstriche, Alter. Nein. Das ist Neuro, das ist auch wieder so ein 24-7-Zocker, das ist hier hier die Ecke kennen, Alter. Standard. Ich krieg's gleich gleich her, Alter. Lass mir das für unschuldigen aus. Meine Fresse, ey. Fick dich, Neuro. Ja, Speedlistiger, der dauert Sache. Eine kleine Missgeburt. Ja, ich hast wieder mal über Millionen Dollar, Euro, keine Ahnung, Speedcoins. Ich bin also jetzt zu fünft, jawoll. Na ja, das ist meine Gruppe in Ruhe, die ist cool. Meine ist besser. Nope. Ich wollte Porsche nicht haben für ein Offroad. Tja, dann würde ich mal sagen, Arschkarte. Wieso hast du die nicht im Ladebild, äh, da beim Startbildschirm ausgewählt? Ah, Scheiße. Vergessen? Ganz, ja. Na ja, wenn, nach der Speedlist hier, dann, ja, Alter, fängt schon wieder richtig gut an. Macht schon wieder richtig Spaß. Boah, Junge. Ich hasse es. Also, der hat auf jeden Fall eine Chance, einen Porsche ist nicht voll aufgetunet, die ich gerade vor. Okay. Ja, ich sag mal so, mein Auto ist voll aufgetunet und eigentlich auch mega gut so an sich. Also, man kann nicht meckern, aber wenn man ständig irgendwo gegenfährt, tja. Warum hat sie nicht wundern, dass man verkackt? Ja. Oh, es gibt ständig Hasssicht. Ja. Schön, wie da ging, äh, ja, genau, hab jetzt einen Unfall. Oh, F***, Alter. Pst, Pst, Pst. Ey, ich hasse es. Hm. Ja, Checkpoint verpasst, ich weiß. Yeah, ich bin letzter, wuh. Ich hab's drauf. Nicht. Also, der Barracuda so an sich mag ich den ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich komm nicht mit dem klar. Was war denn jetzt das Problem? Ach, ich raff's nicht, ey, ganz ehrlich. Ich wurde ohne Grund wieder zurückgesetzt. Aber wie auch saft. Das ist so ein Kotze. Sy, voraus. Halt dein Maul. Das Spiel macht mir einfach nur aggressiv, ey, ganz ehrlich. Wie jetzt? Zwift gibt's auch noch jetzt? Ich hab das schlechteste Auto von allen gehabt, ey, ich hab das schlechteste von allen gehabt, ich bin erster geworden, ey. Was, der Lutscher. Halt dein Maul. Wann kann ich wie zwei abgehen? Du hast immer, kriegst immer mehrere Stimmen. Krieggehrer. Ja, na toll. Ich wollte grad sagen, hier ist wieder ein Affe, ich bin zum Raub, das warst nur du. Ja, jetzt bin ich der Affe, oder was? Ihr wart nebeneinander, ich musste ja irgendwie vorbei. Ich war nicht dabei, ich sag, ich bin hier den gewesen. Ach so. Ich hab nur gesehen, wie hier alle die Kontrolle verloren. Ja, ups, die halt, ne. Außerdem ich baue eh irgendwann wieder ein scheiß Unfall und dann bin ich eh wieder letzter. Also entspannt euch alle mal. Okay, Kingston, aufpassen, da ramt gerne. Ja, wer ramt hier nicht gerne? Oh, dieser Wichser! Ja, der erste zum Beispiel ist auch so ein Wichser, Alter. Boah! Ja, fuck, ey. Ich bin so schlecht, das ist ja unglaublich. Ich bin selbst nicht der Beste. Aber seine Möhre da von Kingstone, nee, von Slucky, die geht gut ab, muss ich sagen. Ich weiß nicht, welcher das ist. Ähm, ich glaub, der hat diesen alten VW-Beatle. Borsche. 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 Borsche? Das ist Borsche. Ja, wenn es drin zu Ende ist, sieht man ja, wie die Karre ist. der letzte er hat ja da form wird hier schön verkackt alter diga läuft schönen unfall noch mal kassiert ja ich hatte sich kassiert e was so weiterbaut ach du auch die verkriegst damit ihre auch ich hab doch eigentlich gerade noch eingeholt nur kurz zum ziel der oder was haben die beide zusammen und fehlbaut ich hab nur kingston gesehen aber den ab mann und was jetzt nicht ach so ok Vielen Dank.